Das ist ein Stadtstaat, besteht also ausschließlich aus der Stadt Berlin, der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Berlin liegt im Osten Deutschlands, knapp 70 Kilometer westlich der Grenze zu Polen. Der Stadtstaat ist mit 892 Quadratkilometern Fläche das flächenmäßig drittkleinste deutsche Bundesland. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Mariska Stope 7 Potter 5 5 4 7 5 6 Untertitelung des ZDF, 2020